Herzlich Willkommen zu dem heutigen Video. In dem heutigen Video möchte ich über Sex oder Liebe sprechen. Mein Name ist Valeria Tochtenhagen und ich unterstütze dich rund um das Thema Liebe und Partnerschaft als Coach, Hypnose, Master und spirituelle Lehrerin. Ein ganz großer Tabuthema zwischen vielen Paaren oder bei vielen Menschen ist die Sexualität. Ist das wichtig, die Sexualität zu leben? Ja oder nein? Auf diese Frage möchte ich in diesem Video näher eingehen. Bleibe unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Die Sexualität zwischen zwei Menschen ist was Heiliges, ist was Besonderes. Denn wenn man verliebt ist, natürlich spürt man auch diese Nähe, die Verbindung zueinander. Man lässt sich aufeinander ein. Und eine Sexualität sollte niemals oberflächlich sein. Und eine Sexualität ist eine näherende Bereicherung für deine Partnerschaft. Wenn du aber merkst, mit der Zeit lässt diese Sexualität nach in deine Partnerschaft, dann kann das daran liegen, dass da auch emotionale Unklarheiten bei deinem Gegenüber eventuell oder bei dir selber da sind. Denn einfach eine freundschaftliche Beziehung kannst du mit jedem leben. Und das Unterschied zwischen einem Partner und einem Freund ist es, dass du dich tief darauf einlässt, dass du dich fallen lässt, körperlich, geistig, selig und emotional. Du lässt dich auf deinen Gegenüber ein. Es geht auch gar nicht darum, einfach eine gute Pose auszuprobieren oder einfach ein Soll zu erfüllen oder irgendwie einfach diesen Höhepunkt vorzuspielen, sondern geht vielmehr darum, um die Verschmelzung zweier Seelen. Und wenn du da den passenden Partner gefunden hast, dann erfüllt dich das innerlich. Dann gibt dir das ein Gefühl, was du mit gar nichts anderem vergleichen kannst. Und das kann auch wirklich sehr, sehr unterstützend für eine Partnerschaft wirken. Denn auch oftmals schaut man einfach über die Fehler weg, denn man verträgt sich auch, man verschmilzt ineinander und dann ist das schon alles vergessen. Das ist die tiefste emotionale Bindung, dass zwei Menschen, zwei Seelen so untereinander erfahren können. Und es geht auch gar nicht darum, diese Ekstase so zu erleben, sondern es liegt wirklich daran, dass man auch mit sich selber in Verbindung geht. Über deinen Partner, durch deinen Partner lernst du dich auch besser kennen, was du fühlen kannst und wie tief du dich auch da drauf einlassen kannst. Es geht um die Erfüllung, es geht um das Herz, es geht niemals um etwas Oberflächliches. Denn Menschen, die diese oberflächliche Verbindung suchen, die werden niemals diese emotionale Tiefe erfahren. Und es fehlt das Knistern, es fehlt das Feuer, es fehlt das Herz dabei. Und wenn man miteinander in der Verbindung geht, dann kann man das auch wirklich fühlen und auch wahrnehmen. Und wenn das bei dir vielleicht anfängt, dass du sagst, ich kann nicht mehr mit meinem Partner vielleicht intim werden, dann könnte das daran liegen, dass dein Körper dir bestimmte Signale sendet, dass da auch eine emotionale Blockade bereits vorhanden ist. Und es geht wirklich darum, dass du einen inneren Widerstand spürst. Vielleicht entsteht dieser innere Widerstand auch durch Verletzungen, durch Kränkungen, die du nicht verarbeitet hast. Oder du hast erfahren, dass dein Partner sich nicht hundertprozentig bei dir ist, emotional, mental und dadurch fühlt sich das nicht mehr gut an. Und du beginnst, dich einfach zurückzuziehen, denn das macht dir keinen Spaß mehr. Du merkst, da ist kein hundertprozent mehr dabei. Und da entsteht aus dieser Enttäuschung diese Trennung zwischen euch zwei. Man denkt ja, wenn man in einer Partnerschaft lebt, ist immer der Partner schuld, wenn jetzt bestimmte Emotionen oder Gefühle hochkommen. Obwohl nur der Partner vielleicht dein Triggerpunkt ist, der bei dir eine Emotion triggert. Und schon in deinem Unterbewusstsein gehst du auf diese Konfrontation ein und denkst du, ja, dein Partner will dir was. Also das ist wie eine Bedrohung für dich, weil das einfach ein schlechtes Gefühl in dir hochholt. Und so kommen dann diese Gefühle hoch, die auch nicht gelebt werden wollen. Das kann jetzt zum Beispiel nicht attraktiv genug zu sein, nicht begehrenswert zu sein, nicht wichtig zu sein, nicht liebenswert zu sein. Also diesen Schmerz will man auf keinen Fall haben. Deswegen nimmt man sich zurück, will man sich das nicht antun und zieht man sich aus dieser emotionale Verbindung zurück. Und durch diesen Kontakt, wenn du mit jemandem in Kontakt bist, kommen all diese emotionalen Themen hoch, ja, und die arbeiten in dir, die du auch wirklich anschauen sollst. Der Schlüssel zu einer erfüllten Partnerschaft ist auch wirklich, in Kontakt mit dir selbst zu gehen. Wenn du dich liebenswert, wenn du dich begehrenswert, wenn du dich anziehend selbst findest, wenn du dich selbst annehmen kannst, mit allem was du bist oder darstellst, dann kannst du dich auch für einen anderen Menschen öffnen und dich da drauf einlassen. Und der einzige Schritt ist, dass du dich selber heilst. All diese Emotionen, all deine Gefühle, all deine Verletzungen und da unterstütze ich dich sehr gerne auch als Coach an deiner Seite. Und in meinem Coaching-Programm bearbeiten wir all das gemeinsam, damit du in eine erfüllte, bereichernde Liebesbeziehung und Sexualität auch deine Zukunft erleben kannst. Ich danke dir und freue mich auf dich. Deine Valeria Deine Valeria Deine Valeria Deine Valeria Vielen Dank.